Alle gingen ins Milo. Was ist denn das Milo? Ehemalige Funpark. Ja genau. Funpark. Gart. Funpark war noch gut, aber Milo war zwar nicht da. Na ja, nicht schön macht. Energy Friday war da. Freya. Wodka eh im Weizenglasl. Im Weizenglasl? Ja, das ist ein Fünffacher. Na ja. Hopp, oder? Ja, kommt drauf, wenn man es macht. War gut gemischt. Ein bisschen wieder. Ich stehe neben dir hinterm Busch. Ich glaube seine Frau ist froh, dass kein Zimmer frei ist. Los geht's! Nicht, dass du mal eins hießt. Hä? Bei wem? Bei dir. Bei mir? Ich kann doch nicht auf dies. Ja, weil er geschwindet ja. Ich hab da gar keinen Haken. Weißt du schon mal geschwindet? Na ja, ich nicht. Aber der Denny hat es sein. Das war mir klar. Was glaub ich auch. Hahaha. Wenn der Andruck Maas zeigt, dann ist er zu frei gefahren. Hahaha. Hahaha. Schrei mir eben gleich zu. Hahaha. Noch nicht, aber bald. Nichts. Ha, ha, ha! Haha. nur länger was mit einem busch da drin stehen oder was busch muss weg der busch muss weg nichts nichts kontakt zu nutzen ja der mit 56 prozent da oben ja da habe ich gerade drauf gehalten das ganze magazin Ja, das ist ihm egal. Die Sitten genauso viel wie in Kino, ist auch die Reisung voll. Ja, aber wirklich. Ich meine, dass das die Große ist, lassen wir schon eingehen. Aber eigentlich 1% oder 0,5% oder irgendwas. Das gibt's ja nicht. Bei dem ganzen Magazinsschutz schon ein bisschen was geht, oder? Der hat ja auch eine andere Panzerung, das ist mir schon klar. Was machst du jetzt? Da unten, unten. Da unten, unten? Der andere Basis schnappen da. Ich glaub, dass der Kokos gute Idee ist. Weil der mit der 56% loopt bloß drauf. Die 56%? Der hat bloß noch 44% jetzt. Naja, ich muss aber nicht. Ich seh' ich da gar nicht. Vielleicht musst du nur drauf jetzt. 50 Jahre. Jetzt hat er mehr gesehen. Das ist nicht gut dann. Ich glaube nicht, dass man da durchfahren kann, was machst du? Da hinten, was sag ich dich? Da geht's! Versichern! Also da kann man nicht durchfallen. Da muss ich auf jeden Fall. Bisschen Bedürf. Boah! Tot! Das ist schon lang. Also wegduckerlich. Haben die gleiche Niederlage da dann. Im Gefecht. Da gibt es so 2-fach Punkte. Also auf geht's. Druckerl auf der Heimfrau nicht. Nein. Wieso nicht? Ich habe keinen Bock auf das Gedudel. Ich bin als Nachbar-Nafi. Ja, der hat aber nichts geschafft heute. Der wird jetzt wahrscheinlich gar nicht hören. Meinst? Das werden wir doch. Denny? Hm? Volle Akkus macht es halb leer. Ob es die leeren Akkus halb voll macht? Die Storage-Funktion. Was wirst du nun mal? Storage-Funktion vom Ladegerät. Ja? Volle Akkus macht es halb leer. Ob es die leeren Akkus halb voll macht? Ja. Binde ich. Das kommt drauf vor. Es gibt Ladegeräte, die können bloß bis 80% hochladen, aber nicht entladen. Das kommt aufs Ladegerät drauf vor. Mal komm ich. Äh, Ben kurz. Ach, volle Granate, Renate. Hier kommt Kurt. Ohne Halm und ohne Gurt. Autopiloten. Verringt euch die Tote. Auf Pilot. Wir haben sie böse erwischt. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Der ging nicht durch. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Kein riesiges bei dir. Ich seh schon was dann. Aber? Ich konnte nicht hinschießen, war die scheiß Kapellen oder die Schuss. Da hinten ist auch noch einer. Wo ist es weg? Da sind es nur drei. Dem kommen wir auch noch rein. Eine Weile hinten vor sollte die Kapellen nicht mehr im Weg sein. Okay, das war schon. Du hast keinen abgeschossen, ich habe keinen abgeschossen. Na ja, haben wir toll gemacht. Das vom Hobbikino hat kein Gehörse. Hä? Was? Das vom Hobbikino hat kein Gehörse. Das vom Hobbikino hat nicht mehr. Das vom Hobbikino hat kein Gehörse. Das vom Hobbikino hat kein Gehörse. Das vom Hobbikino hat kein Gehörse. Das vom Hobbikino hat kein Gehörse.